Und weiter geht's. Das sind die zwei Rücken an Rücken. Und der schaut die Schlange an. Das könnte nützlich sein. Lara! Deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara... Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Ist die dem voll über den Mund gefahren, Alter? Ich gucke erst noch mal hier. Ehrlich? Dein Öl ist voll? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das muss Kayara sein. Das Mädchen, das Edsley meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Dein Freund Edsley meinte, ich soll dir helfen. Du... Du Hachil? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Hey, es wird schon wieder kleiner. Vielleicht kann ich helfen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Nenn mich Lara. Du denn? Musiker, erfreue uns alle mit dem Klang deiner Instrumente. Bale, ahau, tanulika esikubá, dialeke misajó, aguagelwet angualquila. Sasten, ahau, bale. Maguatatukultik? Besorgt? Weswegen? Du glaubst, hier gibt es zu viel Tod? Musiker, die Todeswelle ist bald zu Ende. Vertrau mir. Die Hinrichtungen? Natürlich. Aber du musst jetzt das Gebiet einstellen. Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Ich will den Gefangenen befreien. Und ich brauche deine Hilfe. Ich will den Gefangenen sehen. Ich will den Gefangenen sehen. Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Manche denken, diese Harmonie gibt es nur hier bei uns in der Oberstadt. Und ich will den Gefangenen befreien. Ich will den Gefangenen befreien. Ich will den Gefangenen befreien. Und ich will den Gefangenen befreien. Jedes Leben ist ein Geschenk. Es gibt welche, die wollen das Geschenk und welche, die wollen es nicht. Musiker, ein Lied bitte. Genug gebetet für den Moment. Bitte blass ins Horn. Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Okay, die Wachen sind weg. Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Das klappt nicht. Beide Hebel müssen offen gehalten werden, damit ich reinkomme. Ich brauche... Es ist sicher. Hilf mir mit der Tür. Sie ist ein Schafspelz. Das ist ein Schafspelz. Was ist das? Was ist das? Das ist ja ein Schafspelz. Das ist ein Schafspelz. Deine Tochter wartet. Kannst du gehen? Verdammt! Ich finde einen Weg hier raus. Und war es nicht so, dass dir gesagt wurde, du sollst Kukulkan nicht nachstellen? Wir sind weg, und wir sind weg. 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 Eine Tochter braucht ihren Vater. Mehr als du Rache brauchst. Wir sind weg, und wir sind weg. Ja, das weiß sie leider auch. Hier durch. Bleib bei mir. Wie war das? Bleib bei mir? Jetzt rennt er in die nächste Falle, oder was? Was heißt « влияет » leider nicht nachshinchen? Alkent Ich habe ein verstärktes Messer. Ich habe ein Schön, wir haben eine Familie wieder vereint. Hölzernes Gewehr, eine geschnitzte Replika eines modernen Gewehrs. Es ist immer wieder faszinierend, dass Menschen so ein Spektakel aus Hinrichtung machen. Und es ist hier... Oh nein! Oh nein! Oh Gott, die Arme... Ach, du wieder! Was hast du denn Schönes? Ähm... Lass mich mal erst mal verkaufen... Ist jetzt nicht die Welt, aber immer noch ein... Ich hab leider nicht genug Geld. Ohrschmuck... Ich dachte eigentlich, dass wenigstens die Leute hier clever genug sind, um Wildtiere wild sein zu lassen. Aber... Aber... Dafür hab ich nicht genug Platz. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Ja, sie gucken nicht so, es leckt wieder. Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weiter treiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung werbest... Ja. Ja.